Machen wir zu. Äh, so ungefähr. Ja, das sollte reichen. Ähm. Krieg ich noch einen? Dahin, genau. So. Dann weiß ich nicht, wie wir weitermachen. Ah, wo sind wir? Wo sind wir gekommen? Von hier. Gut, ähm. Dann gehen wir hier weiter. Mal einfach so. Bestimmt. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Fackel setzen und Wasser aus. Und... Und... Das ist doch jetzt gerade nicht normal. Iiiiih... Muss erreichen. Äh, doch. Essen muss abbauen. So. Oh Gott, noch mehr. Noch mehr. Das war's. Wieder hoch und weiter lunzen. Und neue... Fackeln bauen. Eins, zwei, drei, vier... Sechzehn... Und wir haben wieder 64. Oh. Ich hab kein Helm mehr. Oh. Hm. Wie viele Rails haben wir wieder? Hm. Gut. Das ist eine gute Anzahl. Da hat sich doch gerade was bewegt. Hier ist auf jeden Fall nix. Na, das lohnt sich nicht jetzt. Ich wette, wenn wir hier jetzt ab... Wenn wir das abmachen... Kommt da was runtergeflogen? Jawohl. Das ist doch... Ja, die Brücke von Khazad-Dum. Auch schön... Schönes Stück. Muss ich sagen. Meisterwerk. Auf jeden Fall. Dahinter war noch was. Nee, doch nicht. Okay. Dahinter ist nix. Da unter ist auch nix. Gut. Oh. Da ist noch mehr. Noch mehr. Oh, noch mehr. Schön aus der Wand rauskratzen. Meine Kohle entsteht ja, glaube ich, dadurch, dass irgendwelche alten Fossilien irgendwie auf eine besondere Weise zersetzt werden oder so. Ich will nicht wissen, wie viele Viecher hier alle schon draufgegangen sind. Nur, dass dann am Ende so ein Vollidiot wie ich hierher komme und das Ganze abbaut. Ich meine so rein, äh, aus realistischer Sicht betrachtet oder so. Oh, dass wir da hinten echt dort rausgekommen sind, wo die eine, äh, wo der Dungeon ist. Das ist echt erstaunlich. Muss ich schon sagen. Ähm, weil wir von da gekommen sind. Oder? Von da gekommen. Oh, da oben ist noch was. Würde ich mal so sagen, gehen wir erstmal nach da oben hin. Oder? Hm. Ich weiß nicht so recht. Bauen wir uns einfach erstmal hier so ein bisschen nach oben. Ach so. Ne, dann war hier oben. Da oben. Hii. Hm, doch nicht. Da oben. Hm. Boah, jetzt. Ja, hier oben ist was. Bestimmt. Ganz bestimmt. Eisen, sag ich doch. Und Kohle. Aber nicht, nicht viel. Also, komm, war. Meine Fresse. Das sieht, sieht schon wieder ästhetisch aus. Da ist Licht. Da ist Licht. Da hinten ist Licht. Da ist Licht. What the fuck. Auf jeden Fall. Ich baue hier mal zu. Damit das irgendwie nicht so wirklich auffällt. Das ist auch hier warm. So. 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 Da runter wieder. Also, gut. Wenn man sagen, gehen wir mal spontan in diese Ecke. Hm. Da dürfte gleich unser Cobblestone sein. Theoretisch. Wow. Oh, ein Zombie. Wo habe ich gesagt, ist unser Cobblestone? Ähm. Ich finde es nicht mehr wieder. Mal kurz hier so breit machen. Ähm. Das heißt, hier werden wir echt gucken müssen, wo wir schon was ausgelöchtet haben. Wo nicht. Beziehungsweise wirklich, wenn so kleinere Gänge wie die hier, die wirklich zubauen. Und wir sind noch einmal beim... Gut. Gesichert. Oh, wir werden hier wahrscheinlich noch so einige Folgen bleiben. Mit Sicherheit. Es tut mir leid, Leute. Das war nicht geplant. Aber warum müssen sich auch so viele Höhlen hier anschließen? Das ist doch... Na ja, zum Glück haben wir genug Eisen mittlerweile. Und Kohle und... Und... Und Holz. Machen wir nur Sorgen für... Wegen... Wegen Nahrung. Also, wenn wir wirklich nur so... Sagen wir mal so... Ein Brot haben oder so. Gehe ich wirklich nach oben. Ich hätte... Melonen haben wir noch. Ui. Okay, wir werden vielleicht doch nicht so schnell hochgehen. Habt ihr euch so gedacht? Dass ich es euch so einfach mache? Nee. 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 So. Oh, Wasser. Können wir mal hier abmachen. Kommt der Klimt nach. Und sagt, nee, heute ist Schluss. Oh, sehr schön. Sackgasse. Oh. Dich nehmen wir noch mit. Wir gehen dann... Wieder hier hin. Und... Lunzen mal durch. Gut, hier können wir dann wieder zumachen. Nein! Bleib oben. Oh, da oben ist noch was. Stimmt, Rottenflash hätten wir gegebenenfalls auch noch. Mit Rottenflash sich ernähren. Das ist doch auch toll. Bleib da. Aha. Aha. War nicht geplant. Aha. Ich weiß nicht, ob ihr hier was sehen könnt. Es ist auf jeden Fall schon wieder mal wieder relativ groß. Ich hab dieses Eisen da vergessen. Ich hoffe, da drüber kommt kein Eisen mehr. Oh. 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 Muss ich mich doch einen hochbauen. Das liegt darunter. Da unten liegt es. Sehr schön. Ähm. Ja gut, wir werden uns jetzt an wirklich an dunklen Stellen orientieren. Ich glaub. Oh. Was macht der denn da? Von wo kommst du denn, Kleiner? Na komm, Putschi. Haha. Wahrscheinlich irgendwo. Hm. Was hab ich gesagt? Diese Kohle will ich haben. Jawohl. Da unten sind wir noch Experience. da unten sehe ich noch Eisen. Da ist noch irgendetwas. Von dem ich gleich mal nutzen werde, was da ist. Ich hab so das Gefühl, dass wir da schon mal waren. Genau. Ich würde mal so sagen, ich baue hier einfach mal zu. Zumindest das, was hier so alles ausgelöchtet ist. Ähm. Da. Also machen wir sozusagen einen komplett neuen Gang draus. Da können wir mal auch hier lang gehen. Da ist ja schon wieder Licht. Und da ist gerade noch einer gehopst. Jawohl. Huh. Huh. Hallo. Geht doch. Nein. Scheiße. Huh. Noch einer. Verschwinde. Haha. Gebasht. So. Was hab ich gesagt? Da wollten wir was zubauen. Ne? Mal schauen, wie wir brauchen. Das ist unser erster Pfeil erst. Ach du Scheiße. Das reicht eigentlich nur, wenn wir die Wand ziehen. Nein. Oh, das reicht. Ah. Oh Gott. Sorry, dass ich gerade geschrien habe. Ach du Scheiße. Wo kam der denn her? Nein. Der Spawner funktioniert, glaube ich, wieder. Oder so. Lass da mal noch ein Licht leihen. Für alle Fälle. Alter, wo ist der denn gerade herausgejumpt? Äh. Ah. Oh. Hier ist irgendwo ein Nest. Nein. Ich komm nicht ran. Verschwinde. 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 Ja, jetzt weiß ich, wo wir sind. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Wo sind wir langgegangen am Anfang? Genau, hier lang. Dann sind wir hier rausgekommen. Da haben wir zugebaut. Dann sind wir da lang nicht, hier lang. Dann wollten wir nicht da runtergehen. Dann kommen wir das mal mit. Hier war da... Da geht's auch noch runter. Ähm. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir da erstmal runter. So. Spontan. Nein! Was ist das denn? Jawohl. Kasperzki hat sich wieder gemeldet. Was ist so ein Menker? Aha. Die spawnen ja, ähm... Im Umkreis herum. Kein Wunder. Die spawnen ja nicht direkt am Spawner selbst, sondern...